hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge was geht ab ja in dieser folge möchte ich wieder mal ein paar themen ansprechen die für euch eventuell interessant sein könnten es gibt eine kanal empfehlung natürlich auch paar fragen von euch die in meinem letzten video vorgekommen sind gestellt wurden auf die ich noch eingehen möchte fangen wir an als allererstes mal ganz kurz über die regatta zu sprechen ihr habt ja einige videos dazu gesehen es gab natürlich auch kommentare wie zum beispiel boot oder doch schubkarre ja der vom bau auf bau her sieht das aus wie eine schubkarre allerdings ist die bauform ja schon in ordnung nur wir haben es halt einfach zu klein gebaut das hätte viel länger sein sollen damit wir uns auch drin 50 bewegen können aber das war die erste erfahrung die ging in die hose beim nächsten mal wird sicherlich was anderes sein und wenn es diese bauform ist dann eben etwas größer kommen zur vorrichtung ja die vorrichtung die ich ja in meinem letzten video euch gezeigt habe wie ich sie gebaut habe und natürlich auch in der schale daraus ausgehöhlt habe nenne ich das mal das ist ja kein drechseln das ist ja mit dem sägeblatt entstanden oder mit der tischkreissäge besser gesagt und es gab natürlich bedenken von meiner seite aus bevor es gebaut habe habe ich mir gedacht okay funktioniert das das video dazu die idee dazu kam ja nicht von mir sondern es ist von colin connect so spricht er sich aus geschrieben wird knecht ja ich bin nicht so gut im englisch aber auf jeden fall ist die idee nicht von mir sondern von woodwork web die seite die verlinke ich euch könnt ihr euch gerne mal anschauen und ich fand die idee halt super allerdings gab es zu diesem projekt bzw zu dieser vorrichtung kein deutsches video also habe ich mir gedacht machst du das in deutscher sprache erklärt sie leuten auch mal worauf man da achten sollte und es kam anscheinend gut an natürlich muss ich sagen ist das ein video wo einige risiken mit drin sind oder ein projekt eine vorrichtung was riskant ist letztendlich arbeitet man da mit schweren maschinen wie zum beispiel so eine tischkreissäge ja die ordentlich power hat und ein sägeblatt ist auch nicht gerade ungefährlich deswegen solltet ihr bitte darüber nachdenken ob ihr es baut oder nicht der umgang damit wird sicherlich sehr ja sollte man mit vorsicht genießen dazu hat auch der draghi von special works mir geschrieben dass ich mich am besten wenn ich das ganze mache dass ich mich da seitlich von der tischkreissäge hinstellen soll falls was sein sollte dass ich dann nicht irgendetwas abbekomme das war halt auch ein tipp von ihm auch danke dafür draghi das gebe ich euch sehr sehr gerne weiter es sind natürlich auch fragen von euch gekommen zu diesem video und zwar möchte ich hier gerade mal schauen da gab es jetzt es fängt an stürmisch zu werden ja die frage von jojos workshop hast du schon mal probiert die außenseite einer schale damit auch zu drechseln habe ich noch nicht probiert ja nach dem kommentar habe ich wirklich mal gedanken gemacht ob das funktionieren würde das sollte funktionieren ich habe es aber wie gesagt noch nicht ausprobiert und wenn ich mal ausprobieren sollte und ist problemlos funktioniert gefahrlos dann werde ich das euch natürlich auch weitergeben oder auch vielleicht sogar zeigen wie es gemacht werden kann und dann haben wir die frage von ingos werkstatt ja die frage die sich mir aber gleich zu beginn des videos aufgekommen ist wie lange macht es das sägeblatt mit mit denn durch die drehbewegung wird dort auch das sägeblatt verdreht oder klar also dass wie das sägeblatt wird ja in seiner ursprünglich ursprünglichen bewegung einmal beansprucht und natürlich indem ihr das werkstück einmal in das sägeblatt hinein dreht wird es ja auch so beansprucht und das ist natürlich jetzt nicht gerade gut für das sägeblatt vielleicht sogar auch für die tischkreissäge weil letztendlich ist diese das sägeblatt oder die tischkreissäge nicht für sowas gebaut ja das muss natürlich jedem klar sein und jeder der sowas macht oder machen möchte sollte wissen dass er damit dann eben sein sägeblatt vielleicht ja ich sag mal die lebensdauer verkürzt das ist ganz klar ja dann haben wir noch eine frage gehabt von holzwolle hast du eigentlich zwei verschiedene sägeblätter genommen sieht so aus ja ich weiß was er damit meint und zwar die schale die hat ja innen drin ich weiß nicht ob ihr sehen könnt genau ihr seht ja die form innen drin haben wir eine ganz andere ja das ist halt so ein effekt den der ist dadurch entstanden weil ich ja zwei bretter miteinander verleimt habe und die haben eben eine unterschiedliche maserung das ist alles ein sägeblatt das ist halt ein zufalls zufällig entstandener effekt aber der gefällt mir auch ziemlich gut daher noch mal die antwort dazu jetzt haben wir natürlich zu der vorrichtung gesprochen genau kommen wir mal zum kanal design ich habe vor einiger zeit habe ich all meine fab nails also diese titelbilder die vorlagen dazu habe ich aus versehen habe den gesamten ordner aus versehen gelöscht deswegen werdet ihr sicherlich bemerkt haben dass jedes video irgendwie ein anderes design bekommen hat und fab nail was ja ein bisschen blöd ist aber jetzt habe ich ein neues erstellt und dabei werde ich höchstwahrscheinlich dann auch bleiben ich hoffe ja und was habe ich noch an meinem kanal geändert die bisherigen videos in vielen videos wurde gefragt welches öl ich verwende welches material welche maschine und 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 das habe ich jetzt alles in die video beschreibung gepackt leute da könnt ihr euch wirklich alles anschauen was ihr ja alles finden was ich so meiner werkstatt verwende sei es maschinen oder auch die das verwendete verbrauchsmaterial und auch mein kamera equipment denn auch da kommen viele fragen über facebook e mail und instagram weil es gibt einige kollegen die jetzt mit youtube anfangen und sich dann auch einiges zulegen möchten fragen dann aber auch wie mache ich das ja und dort findet ihr wie gesagt den ganzen die ganzen produkte könnt ihr gerne mal reinschauen somit sind wir auch schon beim nächsten thema und das letzte thema ist neue youtuber neue kanäle neue projekte und interessante videos ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut und durch zufall bin ich auf einen kanal gestoßen und zwar ist es der john cloud hoffe ich spreche das jetzt richtig aus das ist der herr der dessen kanal name woodworks heißt woodworks ich blende das euch ich blende euch ich blende es euch ein könnt ihr gerne mal reinschauen er macht echt sehr interessante videos der schnitt die qualität und auch die person vor der kamera sehr sympathisch alles soweit in ordnung wie gesagt man schaut sich halt auch videos an die vom inhalt her interessant sind bei mir war es halt die gts 10 die ich ja habe da wollte ich eben auch paar dinge dazu bauen und habe dann ein video von ihm gesehen was ziemlich interessant war und daraufhin dachte ich mir hey coole videos den empfiehlt sie mal da könnt ihr auch gerne mal reinschauen wie gesagt es ist jedem selbst überlassen ob er jetzt den kanal abonniert oder nicht aber ich finde es cool ich habe den kanal abonniert könnt ihr auch gerne tun ja leute das war's es war kurz und knapp in zukunft werde ich dann auch gucken dass ich vielleicht wie gesagt öfters mal so dieses format wieder mal so ins leben bringe sobald ich natürlich auch informationen habe die euch interessieren könnten fragen und antworten könnt ihr gerne in die kommentare schreiben die werde ich an mir raussuchen und euch dann wieder in so einer was geht ab folge dann beantworten es ist dann halt viel einfacher wenn man bevor man jetzt alle kommentare alle fragen beantwortet habe ich natürlich ist so auf diese weise viel einfacher und ihr bekommt dann vielleicht eine etwas detailliertere erklärung zu euren fragen ein thema habe ich noch und zwar möchte ich in zukunft einige youtuber treffen einige instagramer ich habe in meinem umfeld noch einige leute die ich gerne sehen möchte und ja wenn da ein bisschen zeit ist sollte das auf jeden fall passieren ähm der grund ist folgendermaßen ja ich sehe in letzter zeit merke ich so dass ja es gibt viele leute die sich gerne mit dem ein oder andere treffen spaß haben weil sie eben aus der nähe sind oder weil sie sich einfach mit denen viel viel besser verstehen als mit dem anderen ich bin in letzter zeit ja schon oft unterwegs gewesen mit marcel mit mittlerweile auch robert getroffen und michael davor habe ich andy getroffen den mike getroffen es ist wirklich sehr interessant diese leute diese menschen auch mal persönlich zu sehen mal informationen auszutauschen ähm und das möchte ich halt wiederholen ich habe da so ein zwei namen auf meiner liste die ich gerne besuchen will mit denen ich auch schon darüber gesprochen habe und wie gesagt wenn einer von euch sagt hey ali ähm ich hätte bock getroffen mit dir vielleicht so ein projekt zu machen oder ein video aufzuzeichnen äh oder einfach mal ein käffchen trinken oder so meldet euch bei mir und wir machen irgendeinen termin treffen uns und dann haben wir ein bisschen spaß das ist halt so eine zukunftsplanung mal schauen ja leute ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen wie immer kurz und knapp und bis zum nächsten video ich hoffe das wird wieder ein projekt video sein ich mache mir da so ein bisschen gedanken über neues projekt lasst euch überraschen bis dann tschüss tschüss